Kennst du das Problem, du willst ein paar Kilos abnehmen, hast aber keine Lust, irgendwelche Shakes zu dir zu nehmen oder Tabletten täglich zu schlucken? Ich persönlich habe noch nie einen Shake gefunden, der meiner Geschmacksrichtung entspricht und mit Tabletten konnte ich mich eh noch nie anfreunden. Deshalb bin ich auf die Suche gegangen nach einem Produkt, das schmeckt und mein Fett in Energie umwandelt und mir dabei hilft, ein paar Kilos zu verlieren. Ich bin dann auf Kettlexpload aufmerksam geworden. Das sind super leckere Fruchtgummis, die einfach deiner Ernährung beisteuern und dir beim Abnehmen helfen, denn sie verbrennen dein Fett in Energie und nicht die Kohlenhydrate. Und deswegen habe ich mich für diese Alternative entschieden, denn ich habe innerhalb von circa vier Wochen, wo ich sie jetzt einnehme, fast fünf Kilo abgenommen. Und Kettlexpload kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Super lecker, super leicht in der Einnahme und schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich zeige euch jetzt mein Geheimnis, wie ich es in vier Wochen geschafft habe, fast fünf Kilo zu verlieren. Ich war es so leid, nicht mehr in meine Hosen zu passen, also habe ich mir Kettlexpload bestellt und es die letzten vier Wochen mal getestet. Jeden Tag einfach zwei Gummis naschen und mein Körper hat mein Fett super schnell verbrannt. Zudem habe ich keine Heißhungerattacken mehr auf Süßes. Ich empfehle es echt jedem, der auch endlich ohne zu hungern sein Wunschgewicht erreichen will.